Musik Peace! Mein Name ist Kedos und wir sind heute hier bei 7 Lügen, eine Wahrheit und ich erzähle euch jetzt die fettesten Story aus meinem Live und dann könnt ihr natürlich mal erraten, was denn davon wahr ist und was denn nicht. Ich war zwei Jahre lang im Ballett, hab das dann aber mitunter wegen YouTube abgebrochen. Ich hab ne Zweitwohnung in Moskau. Mein voller und eigentlicher Name ist Kevin Amadeus Wladimir Dodomann. Ich hab meinen eigenen Abistreich verschlafen. Ich hab auch mal meinen eigenen Geburtstag verschlafen. Mein Großcousin ist der beste Freund von Simon Desue. Mein Großcousin hat mal 1000 Euro und eine Xbox geschenkt bekommen. Meine Videos sind in China eigentlich deutlich bekannter als in Deutschland und wenn ich dort irgendwie über die Straße laufe, werd ich nonstop erkannt. So, jetzt seid ihr dran. Ihr könnt jetzt unten in die Kommentare texten, was denn die Lügen und was denn die Wahrheit war. Es gibt nur eine einzige Wahrheit. Alles andere war erstunken, unterlogen, unter der Dusche ausgedacht. Deswegen nutzt die Kommentare. Ich werd mich da auch mal so ein bisschen rumtreiben und gucken, wer denn als schnellstes die Wahrheit herausfindet. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.